Komm ich da irgendwie so hin? Nee, ne? Warte. Ich geh da mal eben rüber, tu. Hier ist ein Sicherungsterminal irgendwo. Da drin, ne? Da ist auch eine Kamera drin. Ach, da geht noch weiter. Was? Nee, geht's nicht. Sag mal, wollte ich mich eigentlich alle verarschen oder was? Physischer Hack. Aha, wie soll ich da da reinkommen? Irgendwo vom Dach. Alter, das war aber ne harte Überblendung. Da könnte ich eventuell mit dem Stapler Da bekomme ich mein Motorrad. Den komme ich nicht. Äh. Achso. Äh, Plattform heben senken. Okay, nochmal. Komme ich hier irgendwie rein? Aber dann komme ich... Da oben. Kiek Moor an. So, wenn ich mich jetzt hier... So, wenn ich mich jetzt hier... ...hinhänge, ne? Das war zu weit. Ein Stück zurück. So. So. Nee, irgendwie nicht. Na toll. Okay, das ist nicht ganz so easy, wie mir scheint. Oha. Äh, runter, 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 runter. Die Kamera ist auch scheiße. Ganz dezent, aber nur. Ganz dezent, aber nur. So. Ach komm, Alter, willst du mich verarschen? So. 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 Dann wollen wir mal gucken, ne? So. So. ich könnte aufmachen paket ich glaube das müssen wir hier runterschubsen wieso jetzt da nicht da wahrscheinlich so entsperren kicken wir an klack so das war die kamera jetzt müssten wir ein theoretisch irgendwo rankommen da hacken und eingesammelt ein traum also ich könnte mal zurückrufen so wie so und zurückrufen wo ich jetzt sind da wollte ich hinde mensch da war mal ein kleiner aufflug in die andere doch der kann nicht wollen wir mal entsprechen das ja lästig so haben wir das auch schon mal gemacht und so jetzt müssen wir noch irgendwie da oben rankommen da muss irgendwo ein schlüsselmacker sein mit dem brücke muss ich hier bauen keine ahnung was für eine da oben ach warte mal da kann ich glaube ich von der kamera aus ran so ach da muss ich auch hoch ach du ahnst es nicht soll ich denn da hoch kommen ach da vielleicht ich geh mal hier so links alter voll der parkourmacker was ist mit dem los so der nächste test der nächste test uro dos tres und wir zahlen mal wieder ein bisschen geld auf oder werfen mit geld um uns so mal gucken was da so schönes passiert mal sehen an wessen finanzieller zukunft wir diesmal drehen willkommen bei blums neuem cdos fähigen bankautomaten bitte warten ihre identität wird bestätigt willkommen zurück miss lee wie kann ich ihnen heute helfen glückwunsch miss lee im rahmen unserer konto werbeveranstaltung haben sie 200 dollar erhalten mo homona sezange chintzio a a a a a kann sie ohne sprache sprechen herzlichen glückwunsch miss lee ihre monatliche kursgebühr wurde bereits beglichen als dank für ihre jahrelange treue wohnen ja schnell weg ziehen jetzt alle reichen können die ausruben so jetzt müssen wir da eigentlich hin irgendwie irgendwie follower laufen auch ok hier kommen wir schon mal wieder hoch ah guck mal hier wie hier nicht einsetzbar hier kurz sagen die steuerung ok da jetzt nicht wollte ok da jetzt nicht die 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 unter die 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 andere meth die alle haben die verlor nach hier so okay das da löst wahrscheinlich irgendwas aus noch nicht was das hier ist der geht anscheinend noch nicht dann muss hier irgendein andere noch erhalten da unten und ich will jetzt noch nicht runter der geht aber auch noch nicht der braucht noch strom von beiden seiten kann ich auch schneller voll unspannend da unten ich hab dich gesehen so alter drüben kann ich nicht schneller vielleicht reichte der ja schon und da drüben ist noch was anderes vorzugsweise so jetzt der geht der geht dann noch der da oben jetzt muss ich aber hochkommen stream politische dramen das ist ja schön dann ist auch noch rotes alter das aber hart kompliziert gemacht hier vom gefühl so und so und so und so und dann so und ach da weiter wie komplex haben die das hier gemacht ihr seht jetzt dicht so ist es der auch soweit so und dann kann ich das eventuell mit hand machen so und jetzt müssten wir das eigentlich haben immer noch nicht warum nicht jetzt noch wo ist denn da ging sein na gut da gucken wir die nummer rein da jetzt gelenkt hat oder nicht den kann ich aktivieren wenn dann ist da auch nicht ansonsten ist doch hier alles aktiv jetzt oder nicht oder fehlt jetzt nur was dafür nur was okay das kann man mit marcus glaube ich was machen der kommt nämlich hier rüber und dann hier hoch da ist es nämlich okay dann brauche ich hier eine kamera irgendwo ach da umfällt auch noch strom laufen aber jetzt auch nicht ich brauche dafür den scheiß copter dings halt daran krieg plack dann krieg richtig plack alter wie hier jetzt die ganze scheiß umsonst gemacht habe dann krieg ich dann krieg anfällte aber ganz harte dann bin ich sauer dann bin ich echt sauer und ja ich brauche den scheiß kleinen bepissten quadrocopter sonst komme ich hier nicht hoch ja dann jetzt ging dafür gar nichts blöde scheiße wie viel kohle habe ich 47.000 oder nicht so wie komme ich jetzt wieder runter um den hals zu brechen ganz einfach hat autos wie jetzt noch da hat sich hier eigentlich rum habe ich hier überfahren mitglied eines wissenschafts klubs ja dann können wir eigentlich mal gucken auf zu rufen jungen klatscht gleich auch kein beifall können wir mal gucken wer ist denn der sechs sind die besten hohe ratio the ranch gut gemacht nein wie cool ist das denn palace of fine arts 10 likes 15 likes und ich habe 74 jahre kollege da weißt du bescheid alcatraz das ding werden die marke ich mir mal darum uns gehen der licht ihr auf dem weg sie wissen dass andere die nicht auf dem weg ja ja was soll ich denn machen müssen wir halt später nochmal machen so what jetzt gehen wir erstmal ein selfie halt das geld danke muss ich leider ich muss hier unruß die auch verlustige kohle einsammeln das nützt leider nichts wobei nudel hier ist auch eine drübe ne da gehen wir eben ein selfie machen gibt nämlich auch wieder follower total unnötig aber hey so viele schandflecke in dieser stadt überall werbetafeln ich weiß noch als werbetafeln nur an den highways stand das war wie fernsehen eine ablenkung auf einer langweiligen fahrzeichen jetzt ist alles völlig überprachend überall wo man steht geht man nach hau du spaß du spaß was soll die scheiße Arsch genau was soll die scheiße Arsch so erstmal wieder rauszoomen äh ne pose machen das haben wir schon zack nein nicht ach hör auf warum ist das das macht man so zack